Hallo, Herr Müller, du bist hier von Paul Kühl von Anton Mancello. Bist du bereit? Komm, Paul, was ist hier passiert? Er hat dich gemessen. Das kann vorkommen. Na no, das ist aber kein Löffel, Anton. Ja, wie geht es noch? Ein Löffel, auch in der Löffel, aber ein Löffel, Steyroth. Gut, sei Dank. Applaus Applaus Applaus